So meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem etwas tieferen Deep Dive. Deswegen seht ihr jetzt auch nicht mehr mein Gesicht, sondern ich brauche ein paar Slides, um euch das Ganze besser erklären zu können. Und zwar geht es um Client-Server-Computing heute. Ein weiteres sehr wichtiges Grundlagenthema, wenn ihr euch mit dem Thema Cloud, Infrastructure-as-a-Service, Hosting, Server-Administration etc. beschäftigen wollt. Auch übrigens für die Entwickler unter euch. Das heißt eigentlich Grundlagen für alle, kann man sagen. Wir wollen uns heute angucken, wie eigentlich solche Webseiten aufgebaut sind, beziehungsweise wie generell so eine Architektur funktioniert und was da vielleicht für Hürden auf uns warten und nächstes Mal dann noch ein Stückchen tiefer einsteigen. Das heißt, gucken wir uns das Ganze mal an einem Beispiel an, würde ich vorschlagen. Und zwar, wenn ihr eine Webseite aufruft, dann macht ihr das normalerweise einfach so, ohne drüber nachzudenken und bekommt diese Webseite geliefert. In Wahrheit ist aber, das wisst ihr vielleicht, eigentlich euer PC dabei, eine Anfrage an einen Server zu schicken, hier als Datenbank dargestellt, damit man es gut unterscheiden kann. Und dieser Server liefert euch dann wiederum Daten. Also zum Beispiel, wie sieht diese Webseite aus? Was für HTML, JavaScript etc. läuft dort? Und das HTML, CSS, JavaScript, das wird bei euch ausgeführt, während auf dem Server kann eigener Code laufen. Den könnt ihr nicht kontrollieren, den bei euch auf dem Client hingegen schon. Das heißt, wenn ihr allerdings Entwickler seid, schreibt ihr beides. Ihr schreibt, wie das ganze Ding aussieht, also das Visuelle sozusagen, und wie es sich verhält, also quasi den Server-Code. Und hier haben wir im Endeffekt das Frontend, um nochmal ein paar weitere Begriffe hier reinzuwerfen, das Frontend und das Backend. Die beiden muss man natürlich auch irgendwie miteinander verbinden. Und das ist auch ein Großteil der Client-Server-Administration, die man da machen muss. Man muss die beiden irgendwie miteinander verbinden können. Die Clients müssen ja auf den Server überhaupt mal hinkommen. So, und wenn ich jetzt das Ganze habe, zum Beispiel, ich habe die Webseite geladen, dann gebe ich dort irgendwas ein, zum Beispiel meinen Login-Namen, das heißt Username, Passwort. Dann schicke ich das wiederum an den Server, der guckt in der Datenbank nach, macht dort irgendwas und liefert mir was zurück. Zum Beispiel, ob mein Passwort richtig war oder auch nicht. Und dementsprechend bekomme ich diese ganzen Informationen. Das heißt, eigentlich haben wir hier zwei verschiedene Maschinen, die für euch die Webseite zur Verfügung stellen. Das heißt, einmal eure Maschinen natürlich, die die Anfragen stellt, die im Endeffekt alles, was clientseitig läuft, euren Browser im Endeffekt, berechnet. Und alles, was serverseitig läuft, das läuft auf einem PC, einem Server, dort eben irgendwo im Internet. In der Cloud oder als Heimserver bei irgendjemand anders. Das kann man aber nicht nur auf Webseiten übertragen, sondern eigentlich auf alles mittlerweile, was irgendwie eine Client-Server-Architektur hat. Sprich, das ist der Client, das ist der Server. Jetzt passiert das natürlich nicht nur mit euch so, sondern ein Client kann hier eine Anfrage stellen, aber ein anderer Client stellt halt eine ähnliche oder andere Anfrage. Und noch ein dritter Client stellt noch eine Anfrage. Und ich habe das jetzt hier mal ein bisschen anders dargestellt. Wir haben hier den regulären Server, der vielleicht mit der Datenbank verbunden ist. Aber das muss nicht unbedingt ein klassischer Server sein. Das muss nicht wirklich ein physisches Gerät sein, sondern das kann eben auch ein Cloud-System sein oder eben auch eine virtuelle Maschine. Das kann eben alles sein. Irgendein System, sage ich jetzt einfach mal hier weit gefasst, im Internet beantwortet eure Anfrage, beantwortet eure WhatsApp-Nachrichten. Sprich, ihr schickt diese Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer für Nachrichten, die schickt ihr nicht direkt an die Zielperson, sondern ihr schickt eure Nachrichten eigentlich, also ihr seid das, ihr seid der Computer sozusagen oder von mir aus euer Handy ist auch so ein Computer, so ein Client. Und ihr schickt dann diese Nachricht an den Server von WhatsApp, sprich Facebook. Und die wiederum leiten das dann weiter an andere Clients, sprich zum Beispiel eure Mutter, der ihr gerade geschrieben habt, was ihr übrigens mal wieder tun solltet. Und die schreibt euch dann zurück, die schickt das an Facebook und Facebook schickt das an euch. Ihr versteht das Ganze. Man hat eigentlich hier diesen Mittelsmann zwischendrin. Die Kommunikation geht bei Clientserver-Architekturen nicht direkt. Bei Peer-to-Peer sieht das anders aus. So, jetzt haben wir natürlich hier ein ganz großes Szenario und zwar, was wenn eigentlich unser Server nur für drei Anfragen ausgelegt ist, aber ein paar mehr Anfragen dazukommen. Was, wenn es einfach zu viel werden? Dann haben wir eine Überlastung und unser Server kann nicht mehr mithalten. Das sind diese klassischen Lags, diese klassischen Ladezeiten, die zu viel werden oder eben auch die klassischen Abstürze. Das habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen. Und da macht man natürlich dann Folgendes. Wir nehmen nicht nur einen Server, sondern wir versuchen das Ganze eben zu verteilen. Zum Beispiel durch Load Balancing. Load Balancing bedeutet im Endeffekt, wir wollen diese Menge an Anfragen, die für einen Server eigentlich zu viel sind, verteilen auf zum Beispiel drei Server. Das muss jetzt aber nicht unbedingt wirklich immer dasselbe sein, was hier gemacht wird, sondern wir können hier vorne zum Beispiel einen Server haben, der einfach alle Informationen aus diesen drei Unterservern zusammen aggregiert und dann wieder zurückliefert. Da hat er natürlich immer noch eine sehr viel Rechenleistung, sage ich jetzt mal. Dann ist es aber kein klassisches Load Balancing mehr. Sondern dann habt ihr eure Anwendung aufgezeigt. Zum Beispiel, der hier macht nur Login. Der hier macht nur irgendwas anderes. Zum Beispiel Spiel 1 bis 100. Der hier macht nur Spiel 100 bis 200. Und wenn ihr dann nochmal ein paar hundert mehr Spiele habt, dann habt ihr eben noch Spiel, ja, eben noch mehr Server. So, das heißt, wir haben einen Server, der jeweils vielleicht was anderes auch machen kann. Oder wir haben drei Server, die exakt dasselbe tun. Das wäre dann eine Lastverteilung, denn so wird dieser Server hier vorne nicht mehr belastet und wir können das besser verteilen, falls wir eben zu viele Leute haben, die unsere Dienste benutzen. Und somit können wir auch mit dieser riesigen Anfragemenge hier vorne klarkommen. Häufig braucht ihr das aber gar nicht. Also vor allem für private Dienste werdet ihr hier nicht mehr brauchen. Aber manchmal kommt man eben an diese, ja, an diese Grenze, dass man zum Beispiel einfach sagt, okay, ein Server reicht einfach nicht mehr. Das ist zum Beispiel dann vor allem relevant, wenn es einfach, also man kann sich natürlich auch einfach stärkere Hardware kaufen, ja. Dann schmeiße ich quasi meinen alten Server weg, kaufe mir stärkere Hardware und habe dann das wieder. Das bringt mir aber natürlich nichts, wenn ich die stärkste Hardware auf dem Markt habe, die zigfach teurer ist als vielleicht ein paar billigere Server und trotzdem noch nicht in der Lage ist, alles zu handeln, ja. Durch dieses Load Balancing habe ich natürlich die Möglichkeit, das automatisch zu machen. Und was man jetzt hier natürlich auch sagen kann, ist folgendes. Ja gut, wenn ich Cloud habe, dann kann ich mir einfach hier meine virtuellen Maschinen mieten und einen Load Balancer vorne dran schalten. Das heißt, ich habe hier im Moment drei virtuelle Maschinen, die irgendwas für mich tun, einfach dieselbe Sache mehrfach tun und ich habe eine Maschine, die einfach nur die Last verteilt. Also der hier ist zu stark belastet, okay, dann geht es auf den, der ist zu stark belastet oder beide sind zu stark belastet, dann geht es auf den dritten. Und wenn wir dann wirklich ins Extreme gehen und der dritte ist auch überlastet, dann wird automatisch vielleicht in der Cloud ein neuer Server dazugeschalten und wir haben einen neuen, auf den die Last umverteilt werden kann. Wird allerdings der vierte irgendwann mal nicht mehr gebraucht und der dritte vielleicht auch nicht, sondern es reicht mir die ersten beiden, dann schalte ich die anderen beiden einfach dynamisch wieder ab. Und das ist genau das, was ich ja auch schon erzählt habe. Zum Beispiel bei Cloud muss man normalerweise nicht pro Monat oder pro Jahr zahlen oder sich das Ding gar kaufen. Nein, man zahlt pro Sekunde. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel sagt, okay, jetzt habe ich gerade wirklich sehr viel Last. Bitte schalte mir dynamisch einfach neue Server hinzu, so viele wie ich brauche, weil ich habe gerade irgendwie ein krasses Event und das muss unbedingt da sein. Ja, dann kann man das durchaus einfach machen. Aber danach schaltet man die auch einfach alle wieder ab. Das ist eben das Tolle, was man da auch einfach machen kann, was man mit Hardware nicht so leicht machen kann. Und gerade für, sagen wir mal, Anwendungen, die Peaks haben, Hype haben oder sowas, ist das natürlich sehr, sehr nützlich. Gut. Ich möchte hier allerdings trotzdem auch nochmal auf unseren Sponsor GetInIT aufmerksam machen, die dieses Video hier auch wieder unterstützt haben. GetInIT ist ja mittlerweile wirklich schon sehr, sehr lange dabei und die sind im Endeffekt euer Einstiegspunkt, wenn ihr in diesem Bereich oder in einem anderen technischen Bereich einen Einstieg finden wollt. Ihr könnt ja natürlich einfach so euch die Jobs angucken. Übrigens beachtet das mal, das werden jedes Mal mehr Jobs hier. Und dann könnt ihr hier tatsächlich, falls ihr einfach so mal Anfragen bekommen wollt, könnt ihr hier euer Profil ausfüllen. Und ein Profil ist bei GetInIT wirklich sehr wichtig. Das möchte ich hier nochmal ganz kurz betonen. Denn die, die das Profil ausgefüllt haben, von denen hat ein Großteil wirklich schon eine Jobanfrage bekommen. Wir haben hier schon sehr, sehr viel gemacht. Und jetzt könnten wir hier natürlich auch noch sowas machen wie, also Cloud Computing hat mir hier leider ja auch schon. Deswegen mache ich hier jetzt mal einfach Server. Zum Beispiel sagen wir einfach mal Apache Web Server. Ja, haben wir heute nicht gemacht, aber wir haben was ähnliches gemacht. Wir haben Grundlagenwissen dafür eigentlich gemacht. Und dann sagen wir hier, okay, ich kann das, sagen wir mal, auf zwei. Ich kann das ganz solide jetzt nicht gut, aber auch nicht sehr gut, aber auch nicht ganz schlecht. Ich kann es okayisch. Und wenn ich jetzt hier alle meine Kenntnisse eingetragen habe, dann habe ich natürlich im Endeffekt genau ein Profil, was mir entspricht. Das heißt, Firmen können einfach jetzt anfangen, mir Anfragen zu schicken. Und ich kann mich dann entscheiden, ob ich mit meinem, ja mit dem, was ich eben haben möchte, mit dem Perspektiven, Studium etc., was ich hier ausgefüllt habe, ob das Angebot für mich interessant ist und dann in den Austausch gehen. Und ja, da haben wir schon so viele Leute tatsächlich happy mitgemacht. Also ich weiß schon mehr als nur fünf Leuten, die da mir echt schon geschrieben haben, dass sie mega glücklich sind. Deswegen freut es mich auch immer wieder, wenn ich euch das zeigen darf. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020